Hallo ihr Lieben, hier bin ich schon wieder, euer Salva-Philosoph. Ich habe gerade einen kleinen Lauf. Heute geht es mir um ein Thema, an dem ich schon seit Längerem dran bin. Also als Philosophie-Lehrer, der ich ja bin, thematisiere ich also immer, dass es uns ja, dem Philosophen geht es um Wahrheitssuche, um aufrichtige Suche nach der Wahrheit. Und je mehr man nach der Wahrheit sucht, desto mehr verflüchtigt sie sich auch oft. Das ist so ein Phänomen. Und das Gefährliche an dem ganzen Thema, warum ich für uns Philosophen doch für sehr wichtig halte, auch wenn wir selbst oft keine Antworten liefern können, das Gefährliche an dem Thema sind in der Regel die Menschen, die behaupten, die Wahrheit zu kennen und entsprechend handeln und vielleicht so, dass auch Schaden entsteht. Jetzt geht es in dem Video nicht besonders um einen großen Schaden, aber doch um ein Beispiel dafür, dass es manchmal wichtiger ist, die richtigen Fragen zu stellen, um das auch zu entlarven, wenn jemand behauptet, die Wahrheit zu kennen und auch um gewisse Dinge aufzudecken, als immer die Antworten zu kennen. Also dazu gehen wir jetzt gleich mal in ein Beispiel. Ich spiele euch mal was vor. Wir gehen mal auf meinen Monitor hier. Vielleicht habt ihr diese Werbung schon mal gesehen. Wir schauen uns das mal an. So fühlt sich Sex nicht immer an. Wir Mädels haben manchmal trockenere Tage. Deshalb ist es ganz normal, zum Gleitgel zu greifen. Neun von zehn Frauen finden Sex besser mit Gleitgel. Probiere die Naturalsgele mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen. Enderke. Okay, es geht mir jetzt eigentlich um genau diese Aussage. Also ich habe das mal so auf einem Ohr gehört, einfach als der Fernseher lief und es kam mittags, lief diese Werbung. Und ich hörte also einfach die Aussage, neun von zehn Frauen finden Sex besser mit Gleitgel. Und jetzt bin ich ja schon in fortgeschrittenem, reifen Alter und habe so einige Erfahrungen im Leben schon gemacht, ohne jetzt auf Details eingehen zu müssen, dass mich diese Aussage doch extrem gewundert hat. Und dann bin ich so ein bisschen auf Recherche gegangen. Hier in diesem Video habt ihr gesehen, wir können es gerade nochmal zeigen, hier steht immerhin drunter Sternchen und hier wird auf eine Konsumentenstudie verwiesen. Und das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, weil ich nicht weiß, ob das im Fernsehen auch eingeblendet wird. Gehen wir mal davon aus, dass es eingeblendet wird. Auf jeden Fall habe ich es nicht wahrgenommen oder ich habe es nur gehört und so weiter. Ich bin dann aber auf die Website gegangen von Durex. Jetzt gehen wir mal auf meinen Bildschirm wieder. Und auf Durex findet sich genau diese Aussage wieder. Neun von zehn Frauen sagen sogar, dass Sex mit Gleitgel besser ist. Wie gesagt, hatte ich so großen Zweifel, einfach aufgrund meiner eigenen Lebenserfahrung, dass ich das denn so nicht abkaufe. Jetzt finde ich hier aber auch keine Quelle. Hier ist jetzt kein Sternchen vorhanden. Da habe ich das nochmal diese Phrase eingegeben und bin dann auch bei dm hier rausgekommen. Wir sind jetzt auf dm.de. Die verkaufen ja auch dieses Gleitgel. Hier ist sogar Fett nochmal hervorgehoben. Neun von zehn Frauen sagen, dass sich Sex mit Gleitgel besser anfühlt. Tatsächlich gibt es viele gute Gründe, warum jeder Gleitgele verwenden sollte. In der Durex-Werbung wird ja das in den Kontext gestellt, dass manche Frauen eben, je nachdem in welcher Phase ihres Zyklus sie sich befinden, eben nicht diese Feuchtigkeit in Homegrad entwickeln können. Warum es dann sinnvoll sein kann, Gleitgel zu benutzen? Natürlich. Es ist nichts dagegen einzuwenden. Aber diese Aussage ist sehr pauschal neun von zehn Frauen und warum jeder Gleitgele verwenden sollte, eben in bestimmten Fällen, wo eben eine Trockenheit vorliegt. Jetzt ist hier tatsächlich ein Sternchen angegeben und es ist auf diese Konsumentenstudie verwiesen. Tja, aber die Studie selbst wird eben nicht angegeben. Wir wissen hier nur, dass 91% von 2451 Frauen dieser Aussage zustimmen. Das hat mich veranlasst, DM, umgekehrt, Durex und auch DM eine Nachricht zu schreiben, wobei Durex nicht der eigentliche Konzern ist, das ist nur eine Marke. Zum Konzern kommen wir gleich. Ich bin also auf die Durex-Website, das gibt es tatsächlich, die heißt ja auch, heißt sie Durex.de, ich muss nochmal schauen, aber ihr findet sie auf jeden Fall in der Videobeschreibung, genau, Durex.de. Dort habe ich also das Kontaktformular ausgefüllt, habe die zwei Quellen der Website angegeben, also einmal die von Durex und einmal die von DM, habe sie auf diese Behauptung hingewiesen und auch auf eine fehlende Quelle und habe also gefragt, ob sie mir eine Quelle nennen könnten, aus der hervorgeht, wer da überhaupt an der Studie teilgenommen hat und so weiter. Durex hat auf zwei E-Mails gar nicht geantwortet, die habe ich also bestimmt im Abstand von zehn Tagen oder zwei Wochen geschrieben. Ich habe dieselbe Mail auch nochmal auf deren Facebook-Präsenz gepostet, keinerlei Reaktion erhalten, aber immer einen Autoresponder erhalten, dass sie sich innerhalb von zwei Werktagen bei mir melden werden würden. Das ist also nicht passiert, ich habe keine Reaktion erhalten. Dann habe ich bei DM dasselbe gemacht, habe dieselbe E-Mail an DM geschrieben, kam auch ein Autoresponder zurück, dass sie sich um schnelle Antwort bemühen und dann kam tatsächlich eine von Menschen geschriebene Nachricht zurück, die sagte, dass meine Frage etwas mehr Recherchearbeit erfordern würde und dass sie sich später nochmal bei mir melden, immerhin. Ich frage mich dann natürlich auch, wer ist da im Hintergrund, macht die Website, bringt solche Inhalte auf die Website mit Sternchen, ohne die Studie in der Schublade liegen zu haben, also im übertragenen Sinn jetzt, ohne die Quelle direkt auch angeben zu können. Naja, jedenfalls tat sich auch da eine Woche oder länger nichts, sodass ich nochmal geschrieben habe, wann ich denn mit einer Antwort rechnen könnte. Dann kam wieder eine Mail zurück mit dem Inhalt, dass sie stets bemüht sind, schnell zu antworten, aber in dem Fall sie einfach weitere Recherchezeit benötigen würden. Ja, also das habe ich dann nicht mehr abgekauft. Ich habe mich dann entschieden, selbst nochmal ein bisschen zu recherchieren und bin dann tatsächlich auf einer weiteren Seite rausgekommen, die ich euch jetzt zeigen möchte, nämlich presseportal.de. Das schauen wir uns mal an hier auf meinem Computer. Und hier steht jetzt Racket oder Racket Deutschland. Und Racket scheint der übergeordnete Konzern zu sein. Die führen bei sich Marken des Hauses Racket auf. Und da ist auch Durex mit enthalten. Okay, wir sind jetzt also auf einem Presseportal. Wir können davon ausgehen, dass das eigentlich jetzt Durex Werbung ist. Das ist so eine Pressemitteilung. Und hier geht es also darum, Mädels greift zum Gleitgel und so weiter. Durex startet Aufklärungskampagne. Und Durex gehört also zu diesem Racket. Das ist eine Marke von diesem Racket. Also Durex startet Aufklärungskampagne. So verpackt man das also, wenn man Werbung für sein Produkt machen möchte. Denn sie verkaufen ja zufällig auch Gleitgel. So, zum Thema vaginale Trockenheit. Also Aufklärungskampagne zum Thema vaginale Trockenheit. Und bestärkt Frauen darin, mit Gleitgel den Komfort und Spaß im Schlafzimmer zu steigern. Dagegen ist jetzt gar nichts zu sagen. Der Punkt ist nur, wie sie dabei vorgehen. Und wir schauen uns jetzt, wir scrollen mal runter. Und finden auch hier diese Aussage. 9 von 10 Frauen finden Sex mit Gleitgel besser. Jetzt allerdings mit einer Fußnote. Und die führt uns jetzt tatsächlich zu einer Quelle. Diese Studie wurde also bereits im Jahr 2013 durchgeführt. Wir können davon ausgehen, dass die nicht von Racket oder Durex in Auftrag gegeben wurde. Aber wir haben hier eine Quelle mit einer Seitenzahl. Und da können wir die Originalstudie finden. Und ich habe sie gefunden mit etwas, mit wichtiger Unterstützung meiner Freundin. Und die können wir uns jetzt auch mal anschauen. Also wichtig ist hier, mir geht es einfach darum, wie gehen Firmen vor, die was verkaufen wollen. Wie seriös sind ihre Aussagen? Wo ist vielleicht der schmale Grat zwischen legitimer Werberhetorik und Falschaussagen? Bis hin vielleicht zu einer Lüge. Ich behaupte nicht, dass sie gelogen haben. Das wäre juristisch natürlich heikel. Aber ich werde das Video auch mal diesem Online-Anwalt, den kennt ihr vielleicht, Herrn Solmecke schicken. Aber wahrscheinlich bin ich viel zu klein, als dass er das berücksichtigen würde. Aber die Frage würde mich schon interessieren. Darf man eine solch allgemeine Aussage posten, wenn sie vielleicht gar nicht aus der Studie hervorgeht? Und das wollen wir jetzt mal prüfen. Steht das wirklich in der Studie, dass 9 von 10 Frauen bzw. lässt sich aus der Studie diese allgemeine Aussage ableiten? Und darf man das dann zu Verkaufszwecken wirklich verwenden? Oder steckt da vielleicht was anderes dahinter? Und wir schauen uns jetzt mal die Studie an. So, hier sind wir. So heißt sie im Original. Women's Perceptions about Lubricant Use and Vaginal Wetness during Sexual Activities. Für alle, die kein Englisch können. Die Wahrnehmung von Frauen bezüglich des Gebrauchs von Gleitgel, Lubricant ist Gleitmittel, und vaginaler Feuchtigkeit während sexueller Aktivitäten. Das ist so grob übersetzt der Titel der Studie. Und ich habe hier schon mir vorab Markierungen gemacht. Also so eine Studienbeschreibung ist immer gleich oder ähnlich aufgebaut. Es geht hier erstmal um methodische Grundlagen. Wie wurde dabei vorgegangen? Da sind wir hier. Und was für mich, für uns jetzt interessant ist, ist erstmal, also wir können das ein bisschen abkürzen. Wir können jetzt nicht die ganze Studie analysieren und durchgehen. Also es wurde über soziale Medien und so weiter, wurden einfach Probandinnen gesucht. Und wichtig war dann, dass sie während der Studie, Daily Diary Study Related war diese Studie. Also sie haben täglich in ein Online-Tagebuch ihre Erfahrungen aufgeschrieben. Da kann man natürlich sagen, bei der Erfassung von Daten, wie vertrauenswürdig ist das? Es gibt Vor- und Nachteile von solchen Methoden. Also die Studienleiter selbst führen am Ende an, dass das eigentlich vorteilhaft ist, weil so ein persönliches Tagebuch Frauen auch die Hemmung nehmen kann, im persönlichen Gespräch irgendwas mitzuteilen. Aber es gäbe sicher auch andere Erfassungsmethoden, die etwas objektiver wären. Weil natürlich, wenn du in eine Studie eingebunden bist und später auch ein bisschen ein Ovalus bekommst, das steht hier, sie haben 10 bis 40 Dollar erhalten für die Teilnahme als Entschädigung, depending on the number of diaries completed, also abhängig von der Zahl der Tagebucheinträge. Und natürlich war auch die Voraussetzung, an der Studie teilzunehmen, hier willing to use lubricants during the study. Also sie müssten sich bereit erklären, während dieser Studie Gleitmittel zu verwenden. Sie müssten ein Sexualleben haben, sodass sie mindestens viermal im Monat Sex haben. Und hier steht auch, sie müssen able to use lubricants without an allergic response. Also sie müssen in der Lage sein, Gleitmittel, also nicht allergisch zu reagieren auf Gleitmittel. Und woher weiß man, ob man allergisch reagiert, weil man es offensichtlich schon mal verwendet hat. Also ich möchte darauf hinaus, dass an dieser Studie offensichtlich Frauen teilgenommen haben, die bereits Erfahrungen aus irgendeinem Grund mit Gleitmitteln gemacht haben und ihre Ergebnisse erfasst haben durch einen persönlichen Tagebucheintrag. Vielleicht kannst du dich da auch unter Druck fühlen, du nimmst jetzt an dieser Studie teil. Ja, ich muss heute noch meinen Tagebucheintrag machen, damit ich überhaupt die Entschädigung kriege oder damit ich etwas mehr kriege. Ja, ich habe ja zugestimmt, dass ich Gleitmittel benutze. Wer weiß, ob sie es wirklich benutzt haben oder nicht. Man will da jetzt auch nichts unterstellen, aber es wäre eben keine streng wissenschaftliche Erfassung natürlich. So, aber jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Ich habe hier mal so das Wichtigste hervorgehoben. Was gibt es hier zu sagen? Also das sind jetzt Aussagen, denen die Frauen zustimmen konnten oder nicht. Lubricant makes sex feel more comfortable. Muss ich ein bisschen hier runterziehen. So, das ist die Aussage. Also Gleitmittel, durch den Gebrauch von Gleitmittel fühlt sich Sex besser an, angenehmer an. So kann man das übersetzen. Jetzt sehen wir hier Zahlen und wir schauen uns mal hier dieses Sternchen an, damit wir verstehen, was diese Ratings sagen. Die haben also hier, Items were assessed on a four-point-like-at-agreement scale with one-indicated-strong-disagreement and four-indicating-strong-agreement. Also es gab eine Vier-Punkte-Skala. Die eins sagte aus, dass die Frauen dieser Aussage widersprechen, also sehr stark nicht zustimmen. Und eine vier sagt aus, dass sie absolut zustimmen. Das heißt, das hier sind alles Mittelwerte, die wir hier sehen. Und zwar zugeordnet zu bestimmten Altersbereichen, Altersgruppen. Und vier wäre also das Höchste. Und wir sehen hier, die liegen alle weit über drei. Und das Höchstmaß haben wir hier in der Altersgruppe bei 40 bis 49-Jährigen mit 3,5. Das sind irgendwas mit über 80, rund 90 Prozent. Ich habe es jetzt nicht mit dem Einzelnen alles ausgerechnet. Also ich habe jetzt bei all diesen Daten nichts gefunden, wo wir genau auf diese 91 Prozent kommen, die da zitiert werden in dem Video. Aber wir können hier trotzdem sagen, dass eine sehr hohe Rate an Zustimmung herrscht. Und zwar in allen Altersgruppen, auch bei den recht jungen Frauen von 18 bis 24. Auch die, die an der Studie teilgenommen haben, stimmen dieser Aussage zu. Okay, also dazu lässt sich nichts sagen. Aber jetzt gehen wir tatsächlich noch mal ans Ende dieses Artikels, wo nämlich noch mal beschrieben wird, Study Strengths and Limitations. Also wo liegen die Stärken dieser Studie, inwiefern hat die Studie jetzt wirklich was Wichtiges zutage gefördert und wo liegen auch die Grenzen dieser Studie. Und bei den Stärken steht hier tatsächlich, Data Collections occurred online and was confidential, which may have allowed women to feel more comfortable reporting on sensitive topics. Das ist das, was ich vorhin schon mitgeteilt habe. Also diese persönlichen Tagebucheinträge ohne Versuchsleiter und so weiter mögen dazu beigetragen haben, dass die Frauen sich besser gefühlt haben und vertrauter gefühlt haben und so offener ihre Wahrnehmung mitteilen konnten. Allerdings kommen wir jetzt hier zum wichtigen Punkt, den ich auch vorhin schon angesprochen habe. Lastly, women who participated in the study elected to participate, in the study about lubricant use. Thus, the women who participated in this study may have been more open to using lubricant and their perceptions about these products may be more positive compared to women in the general... Da oben steht irgendwo population. Population, ja. Also hier geht es genau darum, die Frauen, die an dieser Studie teilgenommen haben, hatten bereits vorab eine bestimmte, also vermuten, man muss davon ausgehen, dass die vorab eine gewisse Haltung zu Gleitmitteln schon haben. Denn, wenn du noch nie im Leben Gleitmittel benutzt hast, ihr könnt ja jetzt mal als ZuschauerInnen selbst in euch hineinfühlen, wenn du noch nie im Leben Gleitmittel benutzt hast und vielleicht auch bisher kein Problem darin gesehen hast, dann mag der verbindliche Gebrauch über vier Wochen oder länger, ich weiß nicht mehr genau, wie lange die Studie ging, diese verbindliche Zusage, du musst jetzt Gleitmittel benutzen, das mag viele abschrecken, die dann sagen, ich möchte aber eigentlich gar kein Gleitmittel benutzen, ich stelle mir das, abhängig auch von meinen sexuellen Praktiken, vom gesamten Verlauf der Sexualität, eher als hinderlich vor. Und deswegen habe ich gar keine Lust, an solch einer Studie teilzunehmen. Davon müssen wir ausgehen. Also die Menschen, die da teilgenommen haben, hatten bereits eine Vorabhaltung zum Gebrauch von Gleitmitteln. Und das ist natürlich hochselektiv. Es spricht dann natürlich grundsätzlich überhaupt nichts dagegen, wenn jemand, je nach Zyklustag, sich nicht in der Lage fühlt. Also es wurde auch hier abgefragt, dass die allermeisten Frauen es bevorzugen, wenn der Sexualakt, der Vaginalverkehr mit einem sehr hohen bis sehr hohen Feuchtigkeitsgrad abläuft. Klar, das kann man alles nachvollziehen. Und wenn du dann Phasen hast oder ein Mensch bist, der das nicht selbst entwickeln kann, dann ist es natürlich nützlich, Gleitgeld zu benutzen. Allerdings mag es auch viele geben, für die das bisher überhaupt kein Thema war. Also ich stelle fest, diese Aussage, 9 bis 10 Frauen stimmen zu, dass Sex mit Gleitmitteln besser ist, lässt sich aus dieser Studie so allgemein nicht ableiten. 9 von 10 der Frauen, die an dieser Studie teilgenommen haben, die bereits wussten, dass sie Gleitgeld verwenden mussten während der Studie. Die stimmen dem zu. Und die mögen bereits gute Gründe haben, eben Gleitmittel zu benutzen. Deswegen halte ich die Aussage für unseriös. Warum macht Durex sowas? Die beste Erklärung ist, weil sie natürlich ihr Gleitmittel verkaufen wollen. Und uns hilft dabei hier dieser Psychologe Robert Cialdini. Er hat also dieses Buch, die Psychologie des Überzeugendes. Das ist extrem bekannt in der Marketing-Szene. Und es gibt eben zwei wichtige Marketing-Prinzipien, die hier angewandt werden. Einmal ist es das Prinzip der Autorität. Man bezieht sich also auf eine Studie. Und die Studie ist dann die Autorität. Und das Zweite ist das Prinzip des sozialen Beweises. 9 von 10 Frauen, wenn so viele dem zustimmen, ja, das ist kein Problem, dass ich da auch zustimme. Und wir gestehen schon dem Fakt zu, oder wir gestehen zu, dass es etliche Frauen geben mag, die schon mal über sowas nachgedacht haben und das innere Bedürfnis vielleicht schon hatten, irgendwie nachzuhelfen mit Gleitmittel, die sich aber vielleicht nicht getraut haben, die dann denken, etwas stimmt mit mir nicht. Und wenn die jetzt natürlich lesen, 9 von 10 Frauen finden das besser. Das mag die natürlich motivieren. Und das ist in dem Fall auch gut. Also versteht mich bitte nicht falsch, wer das Bedürfnis hat. Das spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, das auch zu verwenden. Allerdings wird hier suggeriert, dass es sehr viel mehr Frauen, dass es ganz normal sei, Sex mit Gleitgel zu bevorzugen. Und das kann man eben aus dieser Studie nicht ableiten. Viel wahrscheinlicher ist eben hier, dass eine wichtige Werbemasche ist, um den Verkauf von Gleitgel anzukurbeln. Trotzdem, also nochmal, ich kann mich erinnern, vorhin habe ich auf Solmecke verwiesen. Ich hoffe, dass er vielleicht guckt da mal drauf und kann was dazu sagen, ob diese Aussage grenzüberschreitend an der Wahrheit vorbei ist und täuschend wirkt und somit illegitim ist. Vor allem, wenn keine ordentlichen, im Kontext keine ordentlichen Belege angeführt werden. Und das wird es ja nur bei dieser Pressemitteilung. Und grundsätzlich will ich jetzt nicht sagen, dass Durex hier täuscht und falsch handelt und so weiter. Ich finde das Thema tatsächlich wichtig, diese Aufklärung über den Gebrauch von Gleitmitteln, weil es offensichtlich eben das Bedürfnis gibt. Es gibt Menschen, es gibt Frauen, die zu gewissen Phasen, in gewissem Alter oder weil sie einfach biologisch so disponiert sind oder in gewissen Phasen ihres Zyklus es wahrscheinlich wünschenswert wäre, wenn sie das verwenden und Gleitmittel aber dennoch auch eher auf, wahrscheinlich in großen Bevölkerungsgruppen eher so ein bisschen auf ablehnende Haltung stößt. Also es kann sein, dass viele Frauen sich nicht so richtig trauen, das Bedürfnis zu äußern und vor dem Hintergrund ist es natürlich extrem wichtig, das ein bisschen in die Öffentlichkeit auch zu bringen. Und tatsächlich, bestätige ich das, was ich gerade sage, also das kam auch bei meinen Recherchen heraus, dass offensichtlich Aufklärungsbedarf besteht, denn ich bin auch auf einer anderen Website noch rausgekommen, bei meinen Recherchen, nämlich auf poppen.de, ein Portal, bei dem man sich eintragen kann und sich über Erotik in Foren austauschen kann und natürlich auch einen Sexualpartner finden kann. Ich bin da jetzt nicht so im Detail drin, das ist auch nicht so wichtig und ich werde jetzt auch nicht im Detail vortragen, aber interessant ist, den Link findet ihr in der Videobeschreibung, dann könnt ihr selbst mal detailliert nachlesen. Interessant ist, dass der Grundtenor in diesem Forum, viele Mitglieder sind auch gar nicht mehr aktiv, einige sind schon gelöscht, aber die Texte kann man noch sehen, also der Grundtenor ist, wenn der Mann es richtig drauf hat, braucht die Frau kein Gleitmittel und das ist natürlich ein unangebrachtes Moralisieren dieses Themas. Das weiß man natürlich nicht, wie üblicherweise Sexualität stattfindet, es mag schon sein, dass manche da zu schnell vorgehen und so weiter, das wissen wir aber schlicht nicht, das hat die Studie auch nicht erfasst, das ist übrigens auch ein Nachteil der Studie, aber dennoch wird hier natürlich jemandem Schuld zugeschoben, wenn es ohne Hilfe irgendwie nicht geht. Das ist so ähnlich, wie wenn du als Mann Erektionsprobleme hast und sagst dann, ja, die Frau hat es halt nicht richtig drauf, also es hat überhaupt nichts mit Schuld zu tun. Der Punkt ist, dass es hier moralisch aufgeladen wird und das ist natürlich schon problematisch. Ein Eintrag hier sagt, dass ein Mann gute Erfahrungen mit der Verwendung von Gleitcreme in Maßen gemacht hat und dass es auch die Frau sehr, sehr positiv empfand, aber die anderen Einträge sind alle recht einstimmig in die Richtung, der Mann muss sich halt Mühe geben und muss es drauf haben und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir ein Problem in der Beziehung und das ist natürlich problematisch, also es findet hier einfach kein sachlicher, offener Diskurs statt und insofern, ja, versöhne ich mich da auch mit Durex, es ist okay dieses Mittel so zu bewerben, aber die Art und Weise halte ich für unseriös, meine Meinung. Mich würde interessieren, wie ihr das seht und wie ihr überhaupt dieses Video fandet. Alle Quellen findet ihr unter dem Video angegeben. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da oder vielleicht ein Abo und ja, gebt mir Rückmeldung, ob ihr es gut findet, dass ich wieder Videos mache. Manche haben sich nach dem letzten Video schon bedankt, dass ich wieder da bin. Ja, vielen Dank. Ich werde auch noch auf das Thema Religion an anderer Stelle ein bisschen deutlicher eingehen, aber jetzt wollte ich mal das hier, meine Rechercheergebnisse aufzeigen und ja, das waren sie. Gut, das war es für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Euer Cyberphilosoph. Ciao.